Ich bekenne mich schuldig. Ich nutze mittlerweile regelmäßig ChatGPT zum Programmieren. Ich kenne viele Kollegen, die ChatGPT Stack Overflow und GitHub Copilot im Tandem benutzen, um möglichst schnell Ergebnisse zu bekommen. Und AI Coding Tools wurden und werden speziell für Open Source Projekte als gigantischer Vorteil gehandelt, weil einfach die Einstiegshürde drastisch sinkt und die Bearbeitung von Tickets massiv viel einfacher wird. Hört ihr das? Das war der Aufruf an euch, bei der Academy mitzumachen. Gucken wir uns gleich noch ein Beispiel an. Und ja, ihr könnt sehr gerne KI-Tools nutzen, um Quizfragen zum Beispiel selbst zu erstellen. Das geht ab Level 5 in jedem Skill. Ihr könnt aber auch sehr gerne mit KI an unserer Codebase weiterarbeiten. Wie jedes Softwareprojekt kommt es auch bei der Academy auf Features an. Aber es kommt eben auch auf die Codequalität an und vor allem die Sicherheit. Und deshalb kenne ich auch ein paar von euch, die KI-Tools absichtlich und konsequent meiden. Gar keine. Und das zu Recht sogar. Denn vor kurzem wurde eine Studie mit dem Namen Security Weaknesses of Copilot Generated Code in GitHub veröffentlicht. Fast gleichzeitig wurde einiges zu GitHub Copilot öffentlich, das mir sagt, dass KI-Tools nicht so zugänglich bleiben werden, wie sie aktuell sind. Aber ich möchte euch hier nicht nur mit negativen News belasten, sondern euch natürlich auch einen Weg zeigen, wie ihr dennoch sinnvoll und effizient mit Code-Generation-Tools umgehen könnt. Mit your science. Ich darf euch, bevor wir starten, heute aber noch kurz aufmerksam machen darauf, dass GetInIT wieder ihre Job.io veranstaltet. Die Job.io ist eine kostenlose Jobmesse mit sehr spannenden Talks, wie auch meinem, und zwar am 26. Oktober ab 14 Uhr. Ich freue mich auch hier wieder, den Talk um 14 Uhr direkt halten zu dürfen und damit die ganze Messe zu eröffnen. Dieses Mal geht es um den Bereich IT Consulting. Einen Jobbereich, der für viele, glaube ich zumindest, extra spannend sein wird. Unter anderem, wir IT-Sicherheitsberater gelten auch als IT Consultants. Daher haltet euch gerne schon mal jetzt das Datum frei und bereitet euren Lebenslauf vor, denn wie immer gibt es die Möglichkeit, den dort gratis checken zu lassen und Feedback zu bekommen. Ihr könnt direkt mit den Firmen chatten und natürlich zur Vorbereitung auch schon die Aufzeichnungen zu den letzten Job.io und meinen Vorträgen dort besuchen. Falls ihr das noch nicht getan habt, zumindest. Schaut euch deswegen gerne die Links in der Beschreibung an und wir sehen uns am 26.10. um 14 Uhr wieder. Bis dahin schauen wir uns aber natürlich erstmal die Studie an. Die Forscher untersuchen Sicherheitsprobleme von automatisch generiertem Code in realen Szenarien. Die Studie ist empirisch und analysiert Sicherheitsprobleme in Code Snippets, die von GitHub Copilot erstellt wurden und tatsächlich Teil von öffentlichen Projekten auf GitHub sind. Insgesamt wurden 435 von Copilot generierte Snippets identifiziert. Teilweise haben die Verfasser das einfach so deklariert. Teilweise gibt es Kommentare im Code, die besagen, dass es eben mit GitHub Copilot generiert wurde. In der Praxis ist aber natürlich sehr viel mehr Code von Copilot mittlerweile generiert. Bei den Snippets waren das allerdings natürlich wirklich sichere Beispiele und die konnten sie dann analysieren. Anschließend haben sie eben diese Code Snippets auf CWEs, also Common Weakness Enumerations untersucht, also Schwachstellen im Code. Insgesamt haben sie 42 Arten von CWEs identifiziert, wie beispielsweise Reflected Serversite XSS. Das ist eine Schwachstelle, die es Angreifern zum Beispiel erlaubt, ihren JavaScript Code bei euch auszuführen, wenn ihr einfach nur die Webseite besucht. Das kann zum Verlust von Accounts führen, wenn man das richtig macht und ist nicht lustig. Wer mehr übrigens erfahren möchte, auf der Academy gibt es einen kompletten Kurs zu unter anderem dem. Das war übrigens nur eine von 42 möglichen Arten von CWEs, die dabei gefunden wurden. 11 dieser 42 gefundenen CWEs gehören übrigens auch zu den 25 häufigsten CWEs von 2022. Das Ergebnis der Forscher war nun, dass 35,8% aller generierten Snippets solche CWEs enthalten. Das ist ein Drittel, mehr sogar. Und manche hatten sogar mehrere CWEs. Am häufigsten war Command Injection. Insgesamt wurden 600 Mal Sicherheitsprobleme gefunden in diesen 435 Code Snippets. Im Schnitt also mehr als eine Schwachstelle pro Snippet. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Im Durchschnitt ist GitHub Copilot generierter Code bei einem Drittel aller Code Snippets unsicher. Im Schnitt wurde mehr als eine Sicherheitslücke pro Code Snippet eingebaut und die Schwachstellen sind gravierend und gehören zu den häufigsten von 2022. Dabei ist die Sprache egal. Das wirft kein gutes Licht auf Copilot. Dazu kommt noch, GitHub Copilot ist nicht ganz günstig. Uns als Kunden kostet das Ding vielleicht nur 10 Dollar im Monat, was echt okay ist. Das ist für viele tragbar. Aber Microsoft macht trotzdem 20 Dollar Verlust pro Nutzer und das im Durchschnitt. Viele Nutzer erzeugen bei Microsoft einen Verlust von 80 Dollar im Monat. Wie kann das eigentlich sein? Eine KI auszuführen kostet richtig fett Serverleistung. Ich weiß nicht, wer von euch mal probiert hat, Lama oder Stable Code oder sowas bei sich auszuführen. Je nach KI rechnen die Requests auch mal ganz gut und gerne einige Minuten bei 80% ausgelasteter Hardware. Wenn nun also das Erstellen einer Codesignatur und anschließend das Triggern und damit Berechnen bei Copilot euch den Rechner kurz lahmlegt, ihr das vielleicht sogar mehrfach machen müsst, weil das erste Mal einfach der Code nicht gut ist, dann sind das bei den mehr als eine Million Nutzern, die sie im Januar schon hatten, eine Million eurer Rechner. Klar, verteilt über die ganze Welt und den ganzen Tag, aber eine Million Nutzer sind nicht wenig. So steigt die Nutzung massiv und damit natürlich auch die Rechenleistung, die benötigt wird. Im Hintergrund rechnet Copilot mit Codex, das AI-Model für Code, das auf GPT 3.5 basiert. Zum Vergleich daher, ChatGPT nur zu betreiben, hat im April diesen Jahres etwa 700.000 Dollar gekostet. Pro Tag. Da sind die Kosten fürs Sammeln und Reinigen von den Daten nicht mal dabei. Und da ist vor allem der teure, teure Trainingsprozess auch nicht dabei. Alles in allem behaupte ich also, für Microsoft, denen GitHub ja gehört und damit auch Copilot, ist das Betreiben von GitHub Copilot also nicht wirklich lukrativ. Und auch Google wird sich Duet AI, einen relativ vergleichbaren Dienst, vermutlich mit etwa 30 Dollar pro Monat pro Nutzer bezahlen lassen. Ob das reicht, weiß man natürlich auch erst später. Und vermutlich ist genau das auch der Grund, warum Copilot X bislang nur sehr, sehr wenig verfügbar ist. Copilot X ist quasi die Version 2 von Copilot und Microsoft hat irgendwie wie gewisse andere Techfirmen einen X-Fetisch. Xbox Series X, mehr sage ich dazu nicht. Naja, Copilot X basiert dann auf GPT-4. Und das auszuführen ist nochmal so viel teurer als GPT-3. Wir generieren also hauptsächlich kaputten Code für viel zu teuer und bald noch teurer. Da erlaube ich mir die Fragestellung, ist AI-Coding überhaupt ein Ding, das bleiben darf oder sollte? Lasst uns darüber ein wenig reflektieren. Wie aussagekräftig sind denn eigentlich diese Zahlen? Ich fange beim Geld mal an. Nehmen wir an, die Qualität des Codes ist gut, aber eben nicht so, dass wir nichts mehr damit machen müssen. Dann nimmt uns eine AI im besten Fall einiges an Arbeit ab. Ich habe einige Experimente selbst durchgeführt und ich bin teilweise doppelt so schnell, wenn ich programmiere und KI nutze. Aber das sind dann natürlich sehr einfache kleine Projekte oder auch einzelne Funktionen. Für einzelne Funktionen, die ziemlich kompliziert zu entwickeln sind oder einzelne Aufgaben wie das Refactoring von Codesnippets, ist KI ein wahnsinnig hilfreiches Tool für mich geworden. Bei großen Aufgaben oder den Software-architektonischen Aufgaben hingegen bringt KI vergleichsweise sehr wenig. Es kann in der Kommunikation mit Teams helfen natürlich, aber das ist heute nicht das Thema. Wir wollen ja eigentlich auch Klassenlayouts und Klassendiagramme. All das, da funktioniert eine KI bislang wirklich nur eher mäßig bis schlecht. Aber selbst wenn es mich nur Faktor 1.2 nur beim Programmieren schneller macht oder meine Code-Qualität erhöhen kann, sind 30 Euro pro Nutzer und Monat überhaupt nichts, was ein Unternehmen nicht leisten kann oder will. Ein Softwareentwickler kostet ein Unternehmen, wenn er wirklich günstig ist, 50 Euro pro Stunde. Und dann ist er weder eingelernt, noch hat er immer eine Aufgabe. Manchmal ist da auch einfach Leerlauf oder Meetingzeit dabei. Da nimmt man jedes Tool, das eine Stunde Arbeit ersparen kann, sehr, sehr gerne in Kauf. Die Frage, die also wirklich bleibt, spart uns das Tool eine Stunde Arbeit im Monat? Hilft es überhaupt, wenn doch so qualitativ schlechter Code-Buy rauskommt und wir mehr Zeit im Debugging verbrauchen? Oder sollten wir einfach die Ressourcen wo ganz anders reinstecken? Ganz kurz zur Co-Pilot-Code-Qualität. Co-Pilot basiert wie schon gesagt auf GPT-3. Mittlerweile ist aber GPT-4 Stand der Technik. GPT-3 ist relativ alt und gar nicht mal so gut, vor allem im Vergleich. Ich habe leider keine wirklich aktuellen Studien gefunden, aber in meiner Erfahrung war der Code, den ich von GPT-3 bekam, eigentlich fast immer falsch und ich musste ihn fixen. Wie ich aber beim Pac-Man-Let's-Code demonstriert habe, können teilweise ziemlich komplexe Funktionen ziemlich problemlos erstellt werden. Klar, das hängt alles vom Kontext ab und natürlich von den Anweisungen, die man gibt. Aber ich habe dort GPT-4 benutzt. Und GPT-4 ist in meiner Erfahrung massiv viel bugfreier als GPT-3. Leider, wie gesagt, nur meine persönliche Erfahrung von sehr vielen Stunden damit und leider keine wissenschaftliche Studie. Falls ihr eine habt, dann schickt sie mir entweder in den Kommentaren oder falls die natürlich wieder blockiert werden, schickt sie mir woanders und ich pin's unten an. Nach wie vor bleibt aber das Problem, dass auch GPT-4 Schwachstellen einbauen kann in den Code, den man schreiben lässt. Und es bleibt ein Problem, dass Code falsch sein kann, auch funktional. GPT-3 ist wie ein Praktikant, der ein wenig Programmiererfahrung hat. GPT-4 ist eher wie ein Junior-Developer und natürlich machen Junior-Developer Fehler. Wenn wir also von CopilotX ausgehen, das vermutlich deutlich besseren Code schreibt als Copilot, oder wenn wir von GPT-4 statt GPT-3 oder von Gemini, das neue von Google, statt Palm ausgehen, werden die Modelle vermutlich allmählich wirklich mehr Unterstützung als mehr Aufwand durch Debugging. Also, wie gehen wir damit um? Wie verfahren wir mit einem Junior-Entwickler, der zwar nie schläft, aber halt auch nicht gerade der Beste im Coden ist? Am besten mit AI, damit wir weiterhin schnell und flexibel sind und nicht den weniger Aufwand wieder mit mehr Aufwand füttern müssen. KI-Coding-Tools sind am besten, wenn sie viel Kontext haben. Am besten einen Großteil der Code-Basis. Das bedeutet, wenn ich derzeit GPT-4 zum Programmieren benutze, würde ich am liebsten das große Modell nehmen, das 32.000 Tokens als Kontext mitliefert. Das wären etwa 42.500 Wörter der englischen Sprache, die ich gleichzeitig verarbeiten kann, also ziemlich viel Code. Aber dazu habe ich leider noch keinen Zugriff. Ich glaube, kaum jemand hat Zugriff darauf. Stattdessen nutze ich persönlich am ehesten den Advanced Data Analysis Modus von ChatGPT, zumindest momentan. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal hat man dort einen größeren Token-Kontext als bei dem Default Modus. Außerdem kann ich dort Dateien hochladen. Und jetzt versteht ihr auch, warum es für Open Source Projekte so unfassbar wertvoll ist. Mir ist dann nämlich egal, ob OpenAI die Daten für ihr Training nutzt, weil die sind eh Open Source. Take that! Aber habe ich das ganze Projekt hochgeladen, kann sich dann der Data Analysis Modus Zugriff auf die passende Datei erarbeiten. Der Modus baut intern dann für euch eine virtuelle Maschine auf, und zwar auf den Servern von ChatGPT, die nur für euer Projekt da ist, auch wenn sie nur temporär ist. Und dann wird Python-Code von ChatGPT geschrieben, um deterministisch mit den Dateien, die ihr hochgeladen habt, auch in einer anderen Sprache zu interagieren. Sprich, ChatGPT schreibt Python, führt das aus und liest damit erstmal nur eure Codebase, wie ihr das hier sehen könnt. Und die ist danach Input für eure Prompts und ihr könnt damit interagieren. Und das ist todespraktisch. Denn jetzt kann ich sagen, hey, verfass mal bitte eine Methode in dieser Datei für diese Klasse. Hilft mir, den Issue im Code zu finden, und so weiter und so fort. Oder aber ich befolge weitere sinnvolle Ansätze für AI-Coding. Ich persönlich halte Test-Driven Development mit KI-Tools für die einzige effiziente Lösung. Und ja, leider haben wir das noch nicht bei der Academy. Aber das können wir natürlich gerne ändern. Man kann nun also einfach hergehen und der KI sagen, schreib bitte Tests für diese Funktionen. Die Tests, die hier geschrieben werden, muss ich aber selbstverständlich extrem sorgfältig überprüfen. Und das sollte meiner Meinung nach ein Mensch machen. Mindestens einer. Test-Driven Development dreht sogar eigentlich den ganzen Prozess um. Man schreibt nämlich dann eigentlich zuerst die Tests und anschließend den Code. Laufen dann die Tests durch, dann wissen wir, dass der geschriebene Code gut und richtig ist. Das setzt selbstverständlich voraus, dass wir komplette und korrekte Tests haben, was gar nicht mal so einfach ist. Aber ob man nun die Tests oder den Code mit KI entwickelt, darüber scheiden sich die Geister. In meinem Kopf sinnvoll erscheint aber, die Tests selbst zu schreiben und damit dann die KI zu testen. Anschließend gebe ich der KI die Aufgabe, den Code zu schreiben und prüfe, ob der richtig ist mit den Tests, die ich geschrieben habe. Falls es nicht ist, kann ich immer noch ganz genau sagen, was nicht korrekt war und die KI kann das Ganze dann nochmal korrigieren. Aber hier auch nochmal kurz zum Test-Driven Development. Es ist extrem wichtig, gerade bei Test-Driven Development, dass nicht dieselbe Person Tests und Code schreibt. Deswegen darf ich natürlich auch nicht die Tests in die KI reingeben. Warum? Naja, weil sonst Code geschrieben wird, der an die Tests angepasst ist und die einfach nur erfüllt. Dabei soll ja eigentlich der Test gerade überprüfen, ob der Code gut ist. Dadurch hat man bei Test-Driven Development den Vorteil, dass ja hier eigentlich im Endeffekt zwei Köpfe dasselbe Problem durchdacht haben. Und das macht die Code-Basis robuster und weniger fehleranfällig. Wenn ich jetzt also einen Junior-Entwickler in Form von CopilotX oder GBT4 habe, dann klappt das damit genau so. Aber ihr müsst nach wie vor eine Komponente selbst schreiben und die Prompt müsst ihr natürlich auch selbst schreiben. Das zweite, das ich euch mitgeben möchte, ist das Code-Reviewen mit AI. Wenn ihr eine Review durchführen wollt, könnt ihr das genau so machen. GBT4 ist erstaunlich gut, Fehler oder Probleme im Code zu finden. Allerdings empfehle ich euch hier, dass ihr den Kontext auch wechselt. Sprich, nicht im selben Thread den Code reviewen lassen, wo ihr ihn auch schreiben lassen habt. Denn auch im echten Leben wäre es eigentlich Quatsch, seinen eigenen Code reviewen zu lassen von sich selber. Das gibt man eigentlich ab und holt sich dort Feedback. Vier-Augen-Prinzip, falls ihr es kennt. Gemessen wird übrigens bekanntermaßen in WTF pro Minute. ChatGPT baut sich seinen eigenen Kontext im Laufe des Gesprächs auf. Dadurch entwickelt es in meiner Erfahrung zumindest einen relativ ähnlichen Tunnelblick, wie ich das selbst auch teilweise tue. Ein zweiter frischer Thread, wo ich einfach nur den Code reviewen lasse, hilft da teils sehr. Und ja, damit werden dann auch Sicherheitslücken gefunden, die ihr vielleicht entweder selbst geschrieben habt oder generieren lassen habt. Ihr müsst halt das Ergebnis dann auch wirklich verarbeiten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Beispiel mit Reflected XSS vorhin, die von Copilot geschrieben wurde, oder? Ich habe hier genau so ein Code-Snippet. Lasse ich das von ChatGPT prüfen und reviewen, wird das ziemlich zuverlässig gefunden. Das war bisher fast immer der Fall in meiner Erfahrung. Und ich habe safe schon mehr als 400 Code-Snippets damit überprüft. Und damit eigentlich auch meine eigene empirische Studie aufgebaut. Aber auch die Reviews sind natürlich kontextgebunden. In dem Beispiel natürlich einfach, aber zum Beispiel im Frontend unserer Academy ist das etwas anders. Hier kommt ein Framework zum Einsatz, das im letzten Update ein paar Änderungen hatte, die ChatGPT zum Beispiel erst kennt, wenn man es mit der Dokumentation füttert. Das könnt ihr natürlich immer tun, aber ihr müsst halt dran denken. Und dazu empfehle ich natürlich auch noch automatische Testwerkzeuge, die nicht AI-driven sind. Statische Code-Analyse-Tools, automatisierte Pentesting-Tools, all das ist jetzt sogar noch viel wichtiger als je zuvor. Mit diesen Maßnahmen gleicht ihr die nicht-deterministische Natur von KI-Tools aus und habt wieder etwas Determinismus. Also etwas, das nicht erlernt oder Zufall enthält, sondern das immer feste Ergebnisse basierend auf Regeln liefert. Und natürlich habt ihr euer Hirn, das zwar auch Fehler macht, aber spannenderweise meistens andere Fehler als die, die KI produziert. Und das alles kombiniert macht AI-Coding robuster und wahrscheinlich nicht nur schneller, sondern auch qualitativer, als es nicht zu nutzen, zumindest in meiner Erfahrung. Fast als würde man eigentlich die ganze Zeit Pair-Programming machen. Aber was man nicht darf, ist faul werden.